Heute reden wir mal kurz über RCDs, FI-Schalter, FI-Schutzschalter. Und zwar warum die Wahl des RCDs durchaus euch lebensgefährlich umbringen kann, weil ihr hört es ja so gern, wenn ich das sage, oder auch tödlich gefährden, wenn ihr nicht wisst, was er tut und warum die Standardauswahl vielleicht nicht immer die beste ist. Jedenfalls solltet ihr ein paar Sachen wissen, wenn ihr selbstständig beschließt, irgendwo FIs, RCDs nachzurüsten. So, hier erst einmal der Aufbau und jetzt kommt natürlich der übliche Disclaimer, den ihr jetzt überstehen müsst. Tut mir leid, nicht nachmachen. Total lebensgefährlich, auch wenn das jetzt hier am Trend drauf ist, was ich jetzt hier nachbaue. Ich habe jetzt hier, das ist die gute Erde, die leitet natürlich ein bisschen mehr als eure Zuhause. Das ist mein simulierter PE hier. Dann haben wir hinter dem RCD hier L und N und die führen jetzt einfach mal so ein bisschen frei fliegen, ja, ich weiß nicht, wenn sie jetzt gar nicht drüber aufregen, zu einer Betriebsanzeige. Und hier, was wir jetzt hier mit der Lampe machen, das ist natürlich den Fehlerstrom simulieren. Ich tue mal die Kabel da ein bisschen rummi. So, also jetzt wird es einigermaßen klar. Die Lampe simuliert den Fehlerstrom. Ich mache das jetzt so, dass das hier am Trend drauf hängt und hier wird eben eine künstliche Auftrennung gemacht. Erstmal erzeuge ich mir meine Neutralleiter künstlich, indem ich eben die hier auseinander rausklamüsere. Wichtig ist halt, dass hier in dem Fall der Trend drauf, wo mich nicht vor jedem Schaden schützen kann. Wenn ich mich richtig dämlich anstelle, kriege ich trotzdem eine gescheuert. So, Strom drauf, die rote Lampe leuchtet, alles ist gut. Jetzt habe ich hier, wie ihr seht, meine Phase genommen und hier dieses Lamperl angeschlossen. Und wenn ich jetzt mit dem Lamperl hier auf PE gehe, dann fliegt der RCD, weil der Strom, der hier sonst über die Phase laufen würde, die läuft hier über den PE, über den, den ihr hier am Rand seht, PE zurück. Und dann stimmt der Summenstrom nicht mehr, weil was der FI-RCD macht, ist, er schaut, ob auf dem schwarzen Draht dasselbe fließt wie auf dem blauen. Ich habe jetzt nur einphasig angeschlossen. Also ich schließe einfach mal die Lampe, es ist jetzt spannungsfrei das Ganze. Ganz konventionell hier an, mache sie an und sie leuchtet. Kein Problem. Erst in dem Moment, also erst in dem Moment, wo ich die Lampe hier mit der Erde verbinde, knallt es. Ich denke, das ist jetzt soweit klar. Hier kommt übrigens noch raus, dass ich den hier den Test nicht machen kann, weil so wie es intern bemalt ist, der Test nur funktioniert, wenn die Phase auf dem Pin 1 hier angeschlossen ist. Das ist jetzt hier, sieht man hier am Aufdruck, spielt jetzt für den Test hier keine Rolle. Sich negieren oder eben nicht negieren. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt habe ich hier eine Diode vor diese Lampe gesetzt. Wird sich jetzt was ändern? Und jetzt stimmt der Spruch, ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Übrigens die rote Lampe flimmert, weil es nur LEDs sind, die nicht gesiebt sind. So, schauen wir mal. Oh ja, gut. Passt doch alles, oder? Alles in Ordnung. FI hat ausgelöst. Dann kommt der Depp auf die Idee, da nicht die Rote reinzumachen. So was. Aber probieren wir es nochmal. Oh. Also für alle, denen das jetzt noch nicht ganz klar ist. Diese Lampe, die hier leuchtet, seid ihr, wie ihr jetzt gerade an der Phase hängt. Dieses Leuchten ist euer Leuchten und das ist nicht so angenehm, wie es hier angenehm ist. Also ihr hängt es jetzt voll die Kante dazwischen. Und der FI löst nicht aus. Warum? Ist das ein Flug? Ne, ist es nicht. Ja, was ist jetzt? Hm. Strange. Was ist jetzt da passiert? Also beim ersten Mal hat er noch ausgelöst, beim zweiten Mal nicht. Jetzt kann ich das so weit auflösen. Ich habe wieder natürlich das Spannungsfrei gemacht. Jetzt löst er gerade wieder aus. Haben wir jetzt aber echt Glück gehabt, oder? Was ist das Problem? Schaut euch mal diese RCDs nebeneinander an. Und dann seht ihr den Unterschied. Der hier ist AC. Also der reagiert nur auf sinusförmige Wechselspannungen oder Störspannungen. Kann man so sehen. Und der hier, das ist ein Typ A. Der reagiert auch schon, das ist der etwas neuerere. Der reagiert auch schon eben auf pulsierende Gleichströme. Wieso passiert das jetzt hier? Also das ist jetzt auch nur eine Variante hier, die ich hier nachgespielt habe. Wir haben ja es ja gehabt, dass da ein Summenstromwanderer drin ist. Das ist wahrscheinlich, wir sehen es dann nachher, ein magnetischer Kreis, wo die ganzen Drahtteile durchgeführt werden. Also Phase 1, 2, 3 und Neutralleiter. Und dann bildet es ein Trafo. Wie gesagt, wir sehen es nachher. Und die Sekundierseite von dem Trafo löst nachher den Kerl hier aus. Wenn eben dann eine Differenz zwischen rein und raus entsteht, dann löst eben der Trafo aus. Ein bisschen jetzt vereinfacht ausgedrückt. Wenn ihr dem jetzt aber pulsierenden Gleichstrom gibt als Fehler, dann kann es sein, dass der in die Sättigung kommt. Und das war es dann. Und jetzt hier eine Vermutung von mir. Wenn ich ihn dann wieder normal auslösen lasse, über eine wirkliche Wechselstromquelle, dann entmagnetisiert er sich jetzt in dem Fall wieder wahrscheinlich. Und jetzt können die ganzen Profis natürlich noch dazukommen, weil ich noch einen hier relativ geringen Fehlerstrom hatte. Machen wir das Ganze jetzt mal mit dem etwas moderneren Gerät, den ihr wahrscheinlich vom Typ hier auch zu Hause haben werdet. Und Strom wieder rein. Hier funktioniert jetzt übrigens auch die Testtaste. Warum auch immer. Ich weiß schon warum, aber da gehen wir jetzt nicht drauf. Das hat jetzt hier keine Bedeutung. Also, löst zuverlässig aus. Sehr schön. Jetzt kommt wieder die Todesdiode. Mal gucken, ob das jetzt geht. Löst aus. Das hatten wir vorhin auch schon. Löst aus. Löst aus. Wenn ihr ganz genau schaut, könnt ihr auch den Glühfaden noch kurz leuchten sehen. Ich könnte das stundenlang machen. Gut, das war es dann. Dann freut es mir jetzt ganz nahrig, dass ihr dabei geblieben seid. Aber wait, there is more. Auch wenn es jetzt hier vielleicht keine Marke wäre, die ich kaufen würde, aber es gibt ja jetzt noch einen Typ B. Was macht denn der? Das ist jetzt ein abrupter Übergang, weil mich interessiert jetzt, wie die Dinger von innen ausschauen. Wo sind die Unterschiede zwischen diesem, jetzt hier leicht überbelichteten Moment, zwischen diesem Typ B. Das ist ein billig Teil, weil den habe ich wirklich gekauft, um reinzugucken. Den wollte ich gar nicht verwenden. Und dem AC und dem A. Ich muss euch gleich sagen, ich wollte den Versuch auch noch machen, was mit rein DC-statischen Fehlerströmen passiert. Ich habe es nicht hingekriegt. Und das Ganze hat dann auch gleich eine Größenordnung, wo ich sagen muss, ja, ich möchte mich jetzt auch nicht unbedingt lebensgefährlich umbringen. Das können andere machen, heute hier nicht auf dem Kanal. Damit wir es ein bisschen einordnen können, diese Typ B sind die, die meistens bei Wallboxen diskutiert werden. Weil eben, wenn ihr Batterien da am Netz habt oder wenn ihr zum Beispiel, bei mir ist es so, eine Klimaanlage mit Frequenzumrichter habt, dann schaut es mal in die Anleitung von dem Zeigel. Bei nicht allen ist es notwendig. Aber bei manchen steht dann da so ganz klein, boah, ja, ACT Typ B. Und wenn ihr da mal guckt, was die Dinger dann kosten, dann ist das ein ganz ernstes Problem. Also, jetzt schauen wir mal rein. Weil ihr wisst ja, es gibt nichts Gutes, außer man zerlegt es. Ah. Und die ist versiegelt. Naja, das war aber auch schon ein wirklich sehr starkes Siegel. Jetzt habe ich gedacht, das ging ein bisschen schmerzfreier auf. Also, was haben wir denn da drin? Kommst du raus? So. Also, das ist auf jeden Fall grundsätzlich so, wie ich es erwartet habe. Wir haben jetzt hier die drei Phasen. Die gehen hier durch den Summenstromwandler. Das ist einfach nur eine Art Ferritkern, wenn es überhaupt einer ist. Und dann haben wir so eine Art Trafokonstruktion. Die sind hier angelötet. Und das, denke ich, sind antiparallel geschaltete Dioden. Wie geht das weiter? Ah, das ist interessant. Der Tripwire, also der das Ganze sogar auslöst, der geht einfach nur eins zu eins durch. Ich habe gedacht, dass das da hochgesetzt wird. Aber wenn ich jetzt hier an dem ziehe, dann geht der nur eins zu eins durch. Okay, habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Was der hier macht mit diesen zwei antiparallel geschalteten Dioden, das könnt ihr gerne in den Kommentaren beantworten. Wir haben jetzt hier halt eine Sekundärwicklung, die einen gewissen Strom zieht. Wahrscheinlich eine Begrenzung. Vielleicht eine Schutzschaltung. So kommt es jetzt mir gerade vor. Wie gesagt, das war der Typ AC. Achso, da drin haben wir diese Funkenlöschstrecken. Weil eben der hier allpolig trennt. Das ist, denke ich, bekannt. Und hier müssen natürlich dann auch irgendwo die Funken gelöscht werden. Weil sonst wird es der OAG nehmen, wenn hier die Lichtbögen beim Öffnen ist, hier frei werden. Und der Mechanismus, achso, dann müssten wir jetzt hier noch, ah ja, genau. Hier haben wir den Auslöser für den künstlichen Fehlerstrom. Da ist hier ein Widerstand. Der würde dann zum Heizen anfangen. Und der Leiter hat den Strom um den Summenstromwandert rum rum. Genau, den kann man hier schön wegmachen. Und dann bleibt bloß noch jetzt dieser Auslösekerl hier übrig. Also wenn der Mechanismus gespannt wird, dann ist es wie eine Mausefalle. Und wie funktioniert jetzt das hier drin? Ah, süß ist das schon, gell? Hier ist ein Trimmer. Ah, den müssen wir doch aufkriegen, den Spaß hier. Wenn wir es nicht aufkriegen, holen wir die Beißzange raus. Also das ist sackisch fest. Ey, das war so nicht geplant. Und jetzt die Einzelteile wieder finden. Also auf jeden Fall ist hier eine Spule. Da wird ja selber draufgekommen, gell? Hier kann man was einstellen. Ich fürchte, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. So wie ich das gründlich vernichtet habe. Aber wir haben ja noch eine. Und ich nehme an, die sind recht ähnlich. Also da sind hier irgendwelche noch Federlies. Ich habe, glaube ich, ein Déjà-vu. Das war schon mal bei einem, dass ich es beinahe nicht wieder zusammengekriegt habe. Aber hier kriege ich es jetzt wirklich nicht mehr zusammen. Also das ist irgendein Feinabgleich hier, der diesen Aktuator dann bedient. Dann versuche ich mal, dass ich beim nächsten vorsichtiger bin. Das ist jetzt der Typ AC. Die waren, wie gesagt, alle gebraucht oder waren schon quasi aus dem Müll. Deswegen können wir die jetzt hier völlig hemmungslos zerlegen. Naja, würde mich auch sonst nicht zurückhalten. So, das geht sehr, sehr leicht auseinander. Aha. Wie verhalten sich die Ströme? Das ist ein 40er. Das sind auch ein 40 Ampere. Also sie sind sehr vergleichbar, die Kerlchen. Hier wieder der Summenstromwandler. Aber da fällt uns Adler-Eugigen natürlich sofort auf. Das ist ein ganz anderes Prinzip, weil hier geht die Phase Once, Zwei. Zwei Mal rum. Das ist für den Trafo natürlich geschickt, weil dann haben wir natürlich auch den doppelten Hub. Und jetzt fragt mich bitte nicht, warum jetzt hier der Unterschied zum AC gegeben ist. Schauen wir erst mal weiter. Oh, das kommt ja doch einigermaßen freundlich raus. Wenigstens die Hälfte. Weil da oben, das sieht so aus, wie wenn da, sind das die Funkenlöschstrecken, die da nach oben rausgehen. Also die gehen gerne raus, die nicht. Eine auch interessante Ansicht. Habe ich hier noch einen Draht durchgeschnitten, der da durchlief. Aber ansonsten müssten die jetzt hier auch rausgehen, diese ganze Einheit. Ah, da ist nochmal ein Draht. Hier geht noch einmal etwas durch. Also das verstehe ich noch nicht. Aber das ist ja nichts Neues. Also hier ist auf jeden Fall ein Draht angelüttet und hier auch. Aber da geht es dann weiter, weil da sind intern noch Spulen. Ah, da sind es. Da sind noch weitere Spulen drin. Und man sieht die auch hier. Ich glaube, ihr mögt das ja, wenn ich brutal wäre. Oh, das ist ein ganz schön fest. So, wie kriege ich jetzt diese Würmchen hier raus am besten? Warum mache ich mir die Arbeit und richte dieses Schlachtfeld hier an? Ja, ich möchte gucken, wie hier die Spulen drunter sind. Weil ihr werdet das natürlich mit Recht fragen, wenn man schon so ein Schlachtfeld veranstaltet. Also da ist eine ganz erhebliche Menge Spule drunter. Zumindest mal hier eine Wicklung oder eine Lage, die komplett durchgeht. Und der Rest ist halt Kunststoffkörper mit einem Verrit dazwischen. Ihr wisst ja, dass so eine Zerstörung nie sinnlos ist. Aber ihr könnt den Kanal auf mannigfaltiger Art unterstützen. Ich bin jetzt mal frech und blende mal wieder meine IBAN ein. Und ihr könnt natürlich unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist meine Amazon Shopfront. Da sind Produkte zusammengesucht, die ich so gerne verwende. Und jetzt kann ich euch nicht beantworten, wo der Unterschied zwischen A, C und A jetzt hier rein schaltungstechnisch ist. Jetzt gucken wir uns noch diesen Auslösemechanismus an. Und da sind ja jetzt hier mehr Dreadleys reingegangen. Das ist ja schon mal sehr, sehr verdächtig. Und eigentlich sollte es jetzt rausgehen. Aber irgendwie die Message ist nicht angekommen. Also Kunststoff ist schon ein bisschen spröde, gell? Ja, minimalinvasive Zerstörung. Ihr wisst ja, was ich meine. Ah, ich denke mal, zwei von denen sind natürlich der Testwiderstand. Das ist eigentlich auch logisch. Also ich habe den Teil rausgekriegt, der mich wirklich interessiert. Das ist der Trigger-Mechanismus. Wahrscheinlich kriege ich den jetzt genauso erfolgreich auf wie den Rest auch. Ich mag solche Schrauben, also eigentlich nicht. Uiuiuiui. Ah, besser. Da kann man doch nicht motzen, ne? Und die alte vom Chef auch nicht. Also hier wird es gespannt. Das ist ja interessant. Da ist eine Feder im Hintergrund. Es hält ein bisschen, das durch den Magnet. Das ist wohl ein Offset hier, dieser Magnet. Und wenn ich jetzt hier an dieser Schraube nicht drehe, weil ich nicht rankomme. Ich glaube, wir müssen das Ganze mal vorsichtig minimalinvasiv rausnehmen. Hier ist es festgeschraubt. Ah, das kann uns nicht aufhalten. Oder doch. Haben die den nachher abgeflext. Damit man da nichts mehr verdrehen kann. Ha, ihr seid ja lausbuben. Das ist doch ein gescheiter Schraubenzirker. Ist doch was wert, gell? Und jetzt müsst ihr das ganze Teil ja komplett problemlos sich hier rausheben lassen sollen können. So, da ist jetzt die Feder und dieser komische Einstellschraube-Dings. Also die Feder ist hier am Gehäuse festgemacht. Logisch. Und das hier, das ist ein magnetischer Kreis. Das hatten wir da auch schon. Und diese Feiniustage scheint hier... Ist das wirklich magnetisch? Moment. Nicht, dass ich euch Blödsinn erzähle. Doch, doch. Das ist ein Magnet hier. Also, das ist ein Magnet. Quasi der Offset, den ihr einstellen könnt. Und der sitzt hier auf diesem Joch. Und hier sind... Das sind keine Magnete. Das sind bloß Metallblättle. Also es ist nur eine Metallblatte, die dann hier von diesem Kreis angezogen wird oder abgestoßen. Je nachdem. Und hier ist einfach nur eine Spule. Da ist für mich als Laien kein Unterschied zu dem AC-Typen. Wobei auch das hier... Vielleicht ist das hier schon der Unterschied. Aber garantiert, schaut mal in den angeblendeten Kommentaren. Vielleicht hat es dann jemand ergänzt. Da bin ich brecker planlos. Schauen wir in den Typ B rein. Und ja, mir ist bewusst, dass das eine ultra billig Ausgabe ist. Aber ich würde es mir einfach mal so dann zusammenreimen. Denn das ist die billigste Variante, wie man einen Typ B bauen kann. Ohi. Da war ich wahrscheinlich jetzt etwas zu stürmisch. Naja. So. So. Wie schaut es denn hier drin aus? Aha. So. Also auf den ersten Blick... Oh. Mei. Sehen wir eh nichts, gell? Ui. Also hier ist auf jeden Fall der Summenstromwandler. Von der Belastbarkeit her, wobei ich dem ja hinten vor nicht trauen würde, 32 Ampere. Naja, gut. Am liebsten würde ich jetzt natürlich die gesamte Konstruktion hier irgendwie raus... Ups. Okay, das kommt aus. Es kommt, es kommt, es kommt. Äh? Das sind die Kontakte. Also das mit dem Funkenlöschen, also Lichtbogenlöschen, das haben sie ja nicht so ernst genommen. Da war mal was vorgesehen, oder? Wobei, reicht das? Also hier gehen die Kontakte halt auseinander. Hier sind die Gegenstellen. Hier ist die gleiche Gegenstelle, aber da ist keine Funkenlöschenkammer drin. Das ist alles Kunststoff. Okay, raus mit dir hier komplett. Oh, da kommt ja noch eine Elektronik. I am begeistert. So, also machen wir gleich den Teil, den wir jetzt inzwischen alle verstehen. Wir haben hier die zwei Leiter durch eben den Summenstromwandler. Die gehen hier von links nach rechts. Aus dem Summenstromwandler kommen ein paar Drähtlis raus. Dann ist hier irgendwas, was wir da noch erforschen werden. Hier ist die Auslösearmatur. Gut, jetzt mal systematisch. Was ist dieses eingeschrumpfte Ding da? Hoch, da geht ja was. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da so viel Elektronik drin ist. Und hier ist nochmal was. Also das Zeitel hier wird hier versorgt mit den zwei Leitungen direkt aus dem Netz. Jetzt können wir fundig darüber diskutieren, was passiert, wenn es das da am kurzen gibt. Also das ist das Netzteil L und N. Dann haben wir hier einen Anlaufwiderstand. Hier haben wir ein MOV für die Überspannungsableitung. Dann ein Schaltnetzteil mit irgendeinem Spannungsregler. Und hier ist es ja auch beschriftet, 5 Volt geht hier raus. Okay, schon mal ein Mysterium gelöst. Was mich da allerdings ein bisschen schon irritiert und da könnte mich jetzt gerne die Herren Experten korrigieren. Hier geht L und N direkt in den MOV rein. Also direkt, so komplett direkt. Wenn da irgendwas schief geht, dann hängen wir hier direkt an der Hauptverteilung. Also im schlimmsten Falle ist da jetzt nur noch der selektive Leitungsschutzschalter und die Panzersicherung dazwischen, oder? Also sind dann die Drähte eure Sicherung oder wie? Jetzt würde mich natürlich mal ein Markenhersteller interessieren. Okay, schauen wir mal weiter. Wir haben uns geklärt, Rot und Blau, das sind ja nicht die Drähte, die wir durchschneiden wollen, sondern das ist die Spannungsversorgung. Und dann ist jetzt hier noch dieser Weiße, der ist T. Ach, das ist der Test. Der Weiße ist garantiert der Test, oder? Ja, genau, der führt da irgendwo dann rüber. Das ist der Test. Okay, tschüss, da holen sie schon mal das Verbandszeug. Ja, stabil ist es schon. Also da, da gehen zwei Gruppen an Drähten rein. Erstmal diese Kupferlackdrähte hier. Und das sind ja auch zwei Kerne, Doppelkernen sozusagen. So, da sind zwei Kerne. Der eine hier, der geht hier in die Kupferlackdrähte, in die Elektronik. Und der andere, der hat hier die etwas stabileren Drähte. Wobei das hier eher wirkt wie Kunststoff. Moment. Oh, das habe ich jetzt so nicht erwartet, was auch immer das ist. Also wer auch immer weiß, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Also von der Logik her würde ich erwarten, dass das hier dazu dient, das statische Magnetfeld zu detektieren. Während das hier der ganz normale Summenstromwandler ist, der eben den AC-Teil erkennt. Weil da sehen wir auch die bekannten Spulen hier. Also das ganz normale Übertrage. Aber das hier, keine Ahnung, wie das funktioniert im Moment. Nach ein klein bisschen Recherche bin ich jetzt auch schlauer. Das hier, die Elektronik mit wohl dieser Spule oder mit beiden Spulen zusammen, ist ein Fluxgate-Sensor. Kannte ich nicht. Ist eine geniale Konstruktion. Was das Ding erlaubt, ist eben gleich Magnetfelder mit zum Beispiel so einer Spule zu messen. Und das auch bei kleinen Magnetfeldern, statischen Magnetfeldern, recht genau. Man hat so eine Spule und die hat einen Eisenkern. Und jetzt ist es ja so, wenn ich das Magnetfeld in der Spule immer mehr steigen lasse, ist irgendwann der Kern komplett magnetisiert. Er geht also in die Sättigung. Oder so wie ich es mir erkläre, das sind alle magnetischen Teilchen, alle magnetischen Dipole, die sich noch nicht so entscheiden konnten, die sind dann ausgerichtet. Dann können sich nicht mehr mehr ausrichten. Erklären wir es uns einfach mal so, die Sache mit der Sättigung. Nehmen wir an, ihr wolltet eine sinusförmige Spannung da auf diese Spule geben, also auch einen sinusförmigen Strom folglich. Wenn der Strom den Bereich erwischt, wo der Kern nicht mehr weiter sein Magnetfeld erhöhen kann, also wenn er in die Sättigung geht, dann setzt der Kern dieser Änderung des Magnetfelds nichts mehr entgegen. Also wie gesagt, er ist dann in der Sättigung. Und dann macht der Strom durch diesen Draht einen Peak. Das kann man dann messen. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, dass jetzt in diesem normalen Fall sieht man diesen Peak beim Sinus, bei dem maximalen oberen Bereich des Sinus und beim maximalen unteren Bereich des Sinus. Okay, ist also symmetrisch. Jetzt haben wir hier ein Draht durchlaufen. Da kann ich jetzt mal meinen Schraubenzieher nehmen. Und dieser Draht, der einen statischen Strom dann trägt, weil den wollen wir messen. Das ist sonst mit so einem Übertrager, ich nenne es mal Übertrager oder Trafo, nicht möglich. Wenn der jetzt ein statisches Magnetfeld erzeugt, dann hat das dieselbe Richtung wie eben, also die Grundrichtung. Oh je, oh je, jetzt ist ja fix, geh weg. Dann geht dieses Magnetfeld, machen wir es mal so. Also das Magnetfeld, das von diesem Draht mit dem Gleichstrom erzeugt, genauso hier im Kreis wie eben dieser Ferritkern. und hat aber nur eine Richtung. Das heißt, unsere Peaks nach oben und unten, die werden ein bisschen verschoben. Das heißt zum Beispiel, der positive Peak wird früher erreicht, wo der Kernresättigung geht und der negative etwas später. Oder anders ausgedrückt, das führt zu Verzerrungen des Stroms. Und das kann man messen. Und genau das ist ein Fluxgate. Und jetzt schauen wir uns mal die Elektronik an, die ich mir noch nicht so zu Gemüte geführt habe. Hier führen zwei dickere Leitungen hier zu der Spule. Da behaupte ich mal, das ist eben genau der Bereich, der dieses Magnetfeld einprägen soll. Und dann haben wir zwei dünne Leitungen, die führen hier zum Auslöser. So, das sind die hier. Und die habe ich chlorreich abgerissen. Das sind die, die zu dem gingen. Das ist diese Sensspule. Und jetzt gibt es viele Varianten von diesen Sensoren. Da kann man dann auch das Erdmagnetfeld noch gut messen. Man kann zwei, wie jetzt auch hier, aufeinander stapeln. Und genau diese Details, die wollen wir uns jetzt heute nicht geben, weil das Video ist schon lang genug. Aber diese Elektronik hier, die klingt hier auch so, wie wenn sie das machen würde. Das hier sieht nach mindestens einer Brückenschaltung aus an Transistoren. Hier haben wir noch irgendetwas in der Art eines Mikrocontrollers. Ist leider abgeschliffen. Sehen wir es ja nicht. Also das hier wird den Sinus einprägen. Leider habe ich es zu schnell, zu weit zerlegt. Wobei, was hindert mich eigentlich dran, da jetzt mal für Spaß 5 Volt hier einzuspeisen und schauen, was passiert. So, ich habe es jetzt hier angeschlossen an 5 Volt. Er braucht es ungefähr 30 mA. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt hier kontaktiere, habe ich ein Signal von rundherum oder um ein Kilohertz. Das shiftet ein bisschen. Da kommt nicht mehr viel raus sonst. Also die anderen sind nicht belegt. Und interessant ist, dass ich mich wohl getäuscht habe, weil der Pin, den ich hier kontaktiere, also der, das ist der Pin, der zu dem Kupferlackdraht führt, den ich da abgerissen habe, zu der Spule. Ich hätte es eher gedacht, dass ich das Signal hier finde, weil die aus den Invivenzen mehr Strom tragen können. An denen kann ich aber gar nichts messen. Und das Signal selber kommt hier auf diesen Pins raus und wird dann hier wohl verstärkt. Ja, was habe ich denn da wieder alles angerichtet? Das ist ja ein interessanter Haufen an Elektroschrott. Ihr würdet jetzt am Ende des Tages fragen, ja und jetzt? Was ist jetzt mit dem Typ B und Typ A und Typ AC? Also meiner Meinung nach solltet ihr mal gucken, ob ihr noch Typ AC verwendet. Da würde ich dann dazu raten, die austauschen zu lassen, so oder so. Typ A ist in den meisten Fällen wohl okay. Wenn eure Geräte Typ B erfordern, da gibt es eben zum Beispiel bei Wohlboxen, habe ich ja erwähnt, einige, die das erfordern. Es gibt auch bei Wechselrichtern, die ihr zum Einspeisen nutzen könnt. Einige, die das erfordern. Manche erfordern es nicht, weil sie einfach Trafos im Ausgangskreis haben und kein DC rauskommen kann. Rein technologisch nicht. Also NF-Trafos, nicht eben andere Konstruktionen. Im Zweifelsfall könnte man ja sagen, ja dann nehme ich doch den Typ B. Scheiß was drauf. Das ist auf jeden Fall der, der alles beinhaltet. Ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung ein paar Typ B-RCDs. Ein paar dreiphasige, wenn ich sie finde. Ein paar einphasige und dann könnt ihr den Preisvergleich machen und dann könnt ihr euch mal überlegen, welche ihr lieber einsetzen würdet. Anscheinend interessieren euch ja Vergleiche, wenn man so ganz tief reingeht. Vielleicht interessiert ihr euch zum Beispiel für USB-Ladegeräte. Die habe ich neulich auch so tief analysiert. Oder ihr interessiert euch für LEDs, die ein recht monaumtaugliches Licht erzeugen. In beiden Fällen könnt ihr unten weitergucken. Bis zum nächsten Video. Servus.